Oh, Doc! Ich dachte, diese Information sei vertraulich! Scheiße, die haben uns entdeckt! Ich geb' dir Deckung! Ich hab' ihn getroffen! Du gehst! Hör zu, wieso bleiben wir nicht bei dir? Naaargh! ...deckung! Na, okay! Gute Idee! Ach, mein Bein juckt! Äh, so! So schalte man zwei auf einmal geräuschlos aus! Hehehehe! Durch welches Fenster? Ach, da! Hä? Ach, da kommen wir durch, wa? Ja? Okay, irgendwie... ...creepy. Wenn du nicht aufhörst, auf diese Taste zu drücken, dann... ...dann sag ich es meinem Joker und der wird so böse! Ja, das ist schön! Verrückte... ...Tusse. Batman! Nein! Hier, lass die nicht rein! Ja, durch die Wand! Genau! Ah, verdammte Scheiße! Wir hätten doch... ...ja... Oh, hör auf zu labern! Ah, das kann man überspringen! Sehr schön! Äh, wir hätten doch... ...den Schutz nehmen sollen! ...den Panzer! Naja! Was? Was? Ich bin mir sicher, dass es von da kam! Ha! Wie egal, ist das denn? Da ist es ja, Batman! Komm hier rüber! Batman ist hier! Oh, bitte! Ich bin mir! Ein Small Liststück! Du bist mein Tick in der Maus! Nein, Mann! Die sind übelst gut! Shit! Ja, ja! Blablabla! Die sind richtig gut! Hast du das Geräusch gehört, was die letzte Ärztin gemacht hat? Ich liebe es, wenn sie so schreit! Oh, nett! Ich auch! Sie gehört aber auch zu den Lauteren! Ein kleiner Schreihals, wenn du verstehst! Wenn sie wüsste, was Abramowitsch mit dir anstellen wird, würde sie mehr als nur schreien! Die kennen wir mal von hier oben! Weißt du noch was er mit dem letzten Quackser? Da wirst du, Junge! Er ist hier! Lass dich nicht machen! Übernehmt die Tür! Helft mir! Irrt jemand! Ich pass hier auf! Klappe, Doc! Wenn ich noch irgendeine Schreie höre, ich schweige! Der hat irgendeine Granate gezündet! Der versucht zu verschwinden! Anscheinend kommt hier mal so ein Licht zurück! Oh, bitte! Der muss doch tot sein, Alter! Wenn der so ein Battle-Rank in die Fresse kriegt, ey! Der kam von hier drüben, ganz sicher! Ich bin sicher, dass du da kam! Der kam von hier drüben, ganz sicher! Der kam von hier drüben, ganz sicher! Ich hab diese Seite gesichert! Zu mir! Hoho! Geiler Finishing-Move! Oh, voll in die Eier Oh, richtig schön in die Seite In seinem Blut ist irgendwas, eine Art von Toxin, es bringt ihn um Er gibt etwas namens Titan die Schuld Titan? Ja, weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen Oh, Doc, ich dachte, diese Information sei vertraulich Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs, und zwar richtig Wir wollen doch nicht, dass uns das Unbezieh verändern Wenigstens kommen Sie nicht rein, wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor Was zum Hänker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus, jemand muss den Joker aufhalten Bleiben Sie hier, Ihnen geschieht nichts Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören Ich komme wieder Distanzstromladung Gibt eine Stromladung ab, mittels derer sich Generatoren und Elektromagnetien speisen lassen Kann auf Gegend abgefördert werden, um Ihnen einen lokalbegrenzten nicht tödlichen Stromschlag zuzufügen Da liegen die Bewusstlosen oder Toten Hallo, spring doch Quinn hat mich Zeit gekostet Ich muss weiter Joker suchen Okay, das bringt nichts Soll es da hoch springen Nutzte die Distanzstromladung, um von Motoren angetriebenen Geräte in der Umgebung mit Strom zu versorgen Ja, gut Die Frage ist, welche? Moment, unten ist hier ein was? Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen Nur so komme ich zu Joker Was haben wir denn hier? Ja, das bringt uns ja auch nichts, ne? Dann mal wieder hier unten durch Quinn hat mich Zeit gekostet Ich muss weiter Joker suchen Das bringt uns eigentlich gar nichts hier unten Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen Nur so komme ich zu Joker Ja, wie soll ich da denn hinkommen? Ah Sehr schön, jetzt verstehe ich Batman kommt Überall durch Genau Das ist kein Plan Das ist Selbstmord Er macht mir keine Angst Die Tür ist zugeschweißt Und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm Genau Okay, dann stehst du ganz vorne Ja, dann stehst du ganz vorne Ja, dann stehst du ganz vorne Vielen Dank.